Die Welt, wie wir sie kennen, ist sehr viel leichter zu zerstören, als Sie vielleicht denken. Tagesablauf. Wagen stoppen, schießen, keine Gefangenen, alle sterben. So wie jeden Tag. Genau. Ups. Verdammt, wie soll ich einen Auftrag erledigen, wenn Sie nebenbei noch eine Operation durchziehen? Ich will Ihnen nur Rückendeckung geben, mein Freund. Die Welt da draußen ist sehr, sehr gefährlich. Das funktioniert nicht. Dieser kleine Krieg wird mit oder ohne Sie weitergehen. Mein Freund. Es ist erledigt, okay? Ich hab ihn umgelegt. Entschuldigen Sie bitte. Ferris ist in der Marge. Es gibt Gerede. Sie sind zu Macht versessen und gierig. Wie wollen Sie, dass ich vorgehe? Ich hab getan, was nötig war. Sind Sie langsam fertig? Niemand ist unschuldig, Mr. Ferris. Ich kann das nicht länger machen. Rufen Sie an, wenn Sie klar denken können. Ich kann klar denken. Aber Sie nicht, okay? Sie nicht, weil Sie eine Million Meilen weg sind. Sie wissen, was das heißt, wenn Sie mich hängen lassen. Was heißt es denn? Klar. Ziel verfehlt. Verstanden. Ziel verfehlt.